Hallo und herzlich willkommen zum Lesemonat September und in diesem Monat ist es wirklich ein reiner Lesemonat, denn ich muss gestehen, es wird ein zweites Video geben. Es wird diesen Monat ein Neuzugänge-Video aus dem September geben. Für euch ist das schön, ihr bekommt zwei Videos, ihr seht ein paar neue Bücher, die bei mir eingezogen sind in einem separaten Video und der Grund ist, dass es so viele sind, dass es mir nicht nur unangenehm ist, sondern einfach ein zweites Video her muss, damit dieses hier nicht zu lang wird. Das also vorweg, in diesem Video seht ihr ein Live-Update und die gelesenen Bücher, was auch nicht wenig war im September. Ich habe nämlich vier Bücher gelesen, zu denen ich euch näher berichten werde und zwei Bücher sogar abgebrochen und damit mein Sub echt gut reduziert, wären dann nicht die Neuzugänge. An der Stelle kann ich euch schon mal sagen, mein Sub wäre eigentlich bei 62 Büchern, was mega cool wäre, aber er ist dann angestiegen auf 68, weil sechs neue Bücher bei mir eingezogen sind. Freut euch auf den Oktober, denn im September wären es schon mehr Neuzugänge, wären nicht zwei der Bücher Vorbestellungen, weil die erst im Oktober erscheinen. Ich erkläre das dann alles in dem Neuzugänge-Video und versuche mich da zu rechtfertigen. Ob es klappt, das könnt ihr dann beurteilen. Jetzt, ja, gehen wir erstmal kurz zum Live-Update und dann seht ihr an den Timestamps unten, ja, wann es mit den Büchern losgeht und welche Bücher ich gelesen habe und so weiter. Mega cooles Highlight im September war für mich, dass ich endlich mal wieder auf einem Konzert war und zwar war ich bei Monoskin. Ich habe mir mehrfach diese Videos angeschaut und eigentlich ist es, glaube ich, spricht man es einfach so aus, wie man es schreibt. Monoskin. Die waren in Hannover und das war ein megacooles Konzert, da war ich mit einer Freundin, hat super viel Spaß gemacht. Wir standen zwar ziemlich weit hinten, weil wir nicht drei Stunden vorher schon da sein wollten. Aus diesem Alter bin ich irgendwie raus, aber die Leinwände waren gut und, ja, ich bin nicht so riesig, aber wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle, dann konnte ich die Leute auch ein bisschen sehen. Und das hat mega viel Spaß gemacht. Ich würde super gerne wieder auf mehr Konzerte gehen, aber ich weiß nicht so richtig, es ist nicht so richtig, das in der Stadt, wo ich Bock drauf habe, aber mal schauen. Seitdem läuft die Playlist rauf und runter. Einige Songs kannte ich vorher, die mochte ich, jetzt bin ich Fan. Dann hatte ich im September anderthalb Wochen Urlaub. Eine Woche davon waren wir auf Texel. Einfach ein entspannter Urlaub, ein bisschen nochmal die Insel erkunden. Ich war vor zwei Jahren schon auf Texel, da gibt es ein Video zu. Und es wird zu diesem, ja, Kurzurlaub eine Woche auch nochmal ein quasi Texel-Update-Video geben. Dauert alles ein bisschen, ihr wisst. Da sind noch ein paar andere Reisevideos dazwischen, die kommen. Aber, ja, deswegen nur ein paar Eindrücke, ein paar Bilder. Die Videos kommen dann. Zum Thema Entertainment im Allgemeinen kann ich sagen, wir haben eines der neuen Exit Games ausprobiert und gespielt. Und zwar die Jagd durch Amsterdam. Für Fortgeschrittene bin ich der Meinung. Also es gibt ja drei Kategorien. Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis. Und es war, glaube ich, Fortgeschrittene. War richtig cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde diese Cosmos Exit Games einfach genial. Also eine Empfehlung. Passt vielleicht auch für den nächsten Urlaub oder so, dass man das auch in den Hollanden spielt. Direkt im Anschluss war ich ein Wochenende in Rüdesheim zum Weinwandern. Das machen wir einmal im Jahr in einer Freundinnen-Truppe. Schon seit einigen Jahren. Und das sind Freundinnen, die ich aus der Schulzeit kenne. Und das war auch ein richtig schönes Wochenende. Da gibt es kein Video zu. Da habe ich ein paar Fotos auf Instagram. Und das war einfach, ja, schön. Wir hatten mega tolles Wetter. Sind ein bisschen durch die Weinberge gelaufen und haben Wein getrunken. Dann war noch zum Ende des Monats eine Hochzeit von sehr guten Freunden von uns. Daraufhin hat mich auch eine Freundin aus der Schweiz über das ganze Wochenende besucht, die eben auch Gast auf der Hochzeit war. Und ja, so war dieses ganze Wochenende vor dem Feiertag verplant. Aber ich habe, heute ist nämlich der Brückentag. Ich habe heute frei und den Feiertag natürlich auch, wie wir alle. Und deswegen kann ich meine Videos heute drehen. Bin aber auf dieser Zusammenfassung des Monats überrascht, dass wieder A so viel los war, wie ich super viel unterwegs war. Und trotzdem vier Bücher gelesen, zwei abgebrochen. Bin ich mega zufrieden mit. Und ich habe es ja auch offenbar noch geschafft, Bücher neu einziehen zu lassen. Ich habe am Monatsanfang ein bisschen mit dem Häkeln wieder begonnen. Das habe ich als Kind viel gemacht. Und irgendwie hatte ich Lust, diese niedlichen Figürchen häkeln zu lernen. Ich habe es immerhin geschafft mit YouTube-Videos und einem Buch. Eine Kugel. Naja, sie ist nicht perfekt. Das mit dem Zählen ist gar nicht so einfach. Aber eine Kugel zu häkeln und mit Watte zu füllen und den Kopf von dem Tierchen habe ich damit. Aber ja, zur zweiten Monatshälfte hatte ich da einfach keine Zeit und Ruhe mehr für. Aber so Herbst, Winter wird ja kommen. Ich sage das immer so, als hätte ich dann plötzlich mehr Zeit, was nicht der Fall ist. Aber mal gucken, wann ich mit dem Häkeln weitermache. Irgendwie hat mich das gepackt. Und ja, zwischendurch werde ich das mal machen. Leider kann ich das nicht mit Hörbuchhörn kombinieren, weil gerade bei diesen Häkel-Sachen, wo man in Formen häkelt, muss man echt aufpassen und mitzählen. Und was ich auch noch im September gemacht habe, ist die RuPaul's Drag Race All Stars Nummer 6 zu schauen auf Netflix. Die habe ich mir komplett angeguckt. War on fire und jetzt ist aber auch erstmal wieder gut. Jetzt schaue ich mir nicht noch tausend andere Staffeln an. Jetzt lese ich wieder. Und das bringt uns jetzt wirklich zu den gelesenen Büchern im September. Mein erstes Buch im September habe ich hauptsächlich als Hörbuch gehört. Und zwar von Stefan Ort, Couchsurfing im Iran, meine Reise hinter verschlossenen Türen. Ja, der Titel sagt schon alles. Also Stefan Ort war als Couchsurfer im Iran unterwegs über mehrere Wochen. Hauptsächlich alleine, aber auch mit einer Freundin. Die haben sich dann als Ehepaar ausgeben oder ich glaube, sie haben sogar geheiratet und es dann wieder annulieren lassen oder so. Auf jeden Fall war er im Iran unterwegs. Ich muss dazu sagen, das Buch ist aus 2014 oder seine Reise ist aus 2014. Also auf jeden Fall ja um die zehn Jahre her. Und das fand ich an vielen Textpassagen wirklich erdrückend, weil er einen Iran zeichnet, von dem er ausgeht, dass durch die junge Gesellschaft, durch die junge Generation sich ein Wandel vollzieht, dass sie offener werden, ja, anderen Ländern, anderen Menschen gegenüber, Touristen gegenüber. Und ja, jetzt so zehn Jahre später kann man, ja, das lesen und sich denken, nee, ist leider ganz im Gegenteil. Es ist eher fast noch schlimmer als zu den Zeiten. Ich weiß gar nicht, ob dieses Couchsurfing, wie er es gemacht hat, im Moment möglich wäre im Iran. Der Iran ist definitiv nicht auf meiner Wunschliste. Es ist ganz unten auf meiner Wunschliste, was das Reisen betrifft. Ich fand es aber trotzdem sehr interessant, welche Begegnungen Stefan macht und wo er unterwegs ist. Das Buch lohnt sich auch, neben dem Hörbuch. Das Hörbuch ist nicht von ihm eingesprochen, was ich grundsätzlich gut finde, weil es von einem ausgebildeten Sprecher eingesprochen ist. Hier haben wir auch eine Landkarte vom Iran, wo man eben seine Reise nachvollziehen kann. Ich kann euch sagen, die ganzen Orte habe ich alle wieder vergessen, weil dafür sind die Orte einfach nicht präsent in meinem Gedächtnis oder in Literatur, die ich sonst lese. Oder, ja, europäische Städte, selbst wenn man dort nicht war, kennt man einfach, weil das ein Begriff ist. Das finde ich aber auch nicht schlimm, weil hier geht es hauptsächlich um die Begegnung, was Stefan so erlebt. An mancher Stelle ist er mir zu gefährlich unterwegs, zu wild, zu naiv. Naiv würde ich gar nicht sagen. Er begibt sich teilweise auch wirklich bewusst in riskante Situationen, weil natürlich vieles auch 2014 nicht erlaubt war. Und es ist schon erschreckend, wie die Menschen auch 2014 schon dort vom Staat unterdrückt werden, was sie aber trotzdem im geheimen und verborgenen Zuhause, welche Regeln sie missachten. Aber auch natürlich besonders schlimm, wie Frauen dort unterdrückt werden. Es sind viele Bilder hier drin, was geholfen hat, sich das Ganze vorzustellen. Es sind auch Fotos von Menschen dabei, was sicherlich nicht ungefährlich ist für die Menschen. Aber das hat er mit denen alles abgesprochen, die Stefan dort begegnet. Und man muss aber dazu sagen, das sagt der Autor aber auch selber, es ist schon eine besondere Personengruppe, mit denen er zu tun hat. Nämlich mit Leuten, die Couchsurfer bei sich wohnen lassen. Das heißt, es sind gebildete junge Menschen, die Englisch können, weil sonst könnte sich Stefan mit denen nicht auseinandersetzen, mit denen nicht sprechen. Es sind Menschen, die offen sind, neue Leute kennenzulernen, andere Kulturen zu erfahren. Das ist natürlich ein ganz spezieller, ja, ganz spezielle Bubble, in die Stefan da unterwegs gewesen ist. In der er unterwegs gewesen ist. Von daher, und wie gesagt, das reflektiert er in dem Buch auch selber, ist es natürlich nicht repräsentativ für den kompletten Iran. Aber vielleicht für die junge Generation umso trauriger, finde ich, ist, dass eben dieser Wandel oder dieser Fortschritt bezüglich sich öffnen und andere Kulturen zulassen und eben nicht die eigenen Menschen unterdrücken, dass das nicht aus dem Inneren heraus bis jetzt in dem Maße gekommen ist, wie Stefan sich das erhofft oder wovon er relativ stark ausgegangen ist, als er dort unterwegs war. War, was bei anderen Ländern vielleicht geklappt hat, aber im Iran sehr schwierig. Ja, also eine sehr spannende Lektüre. Ich habe dem ganzen vier Sterne gegeben. Ich fand ihn grundsätzlich sympathisch, interessant, was er berichtet hat. Und ja, das bleibt auf jeden Fall bei mir, weil es schon ein sehr spannendes Buch ist und natürlich auch sehr interessant ist, wie es mit dem Iran weitergeht. Das zweite Buch, was ich gelesen habe, habe ich wirklich inhaliert. Das war das erste Mal seit langem wieder, dass ich ein Buch begonnen habe und sofort gefesselt war, drin war in der Story, wissen wollte, wie es weitergeht, der Schreibstil toll war. Und zwar spreche ich von Melanie Rabe, die Kunst des Verschwindens. Das Ganze hat vier Sterne von mir bekommen, vielleicht sind es viereinhalb, mit einem kleinen Abzug, aber dazu gleich mehr. Erstmal erzähle ich euch, worum es in diesem Spannungsroman, würde ich ihn nennen, geht. Es spielt in Berlin und zwar geht es um die junge Fotografin Nico, die dort lebt. Es ist die Zeit zwischen den Jahren, also hauptsächlich so die Silvesternacht auch. Und also winterlich, wer sowas nicht im Sommer lesen kann, der sollte jetzt mal bei dem Buch vorbeischauen, denn es wird ja jetzt langsam kälter. Und ja, Nico ist als Fotografin, lebt in Berlin und trifft eines Nachts auf Ellen. Ellen ist ein berühmter Hollywood-Star, der gerade in Berlin ist. Ja, die beiden sprechen miteinander, sie verbindet etwas, was Nico zu dem Zeitpunkt so gar nicht richtig greifen kann. Auf jeden Fall verstehen sie sich gut. Und dann verschwindet allerdings Ellen von der Bildfläche komplett. Und ja, gewisse Spuren führen dazu, dass Nico sich auf die Suche nach Ellen macht. So umreise ich das mal grob. Das klingt jetzt nicht tiefgreifend spannend vielleicht, ist es aber auf jeden Fall. Melanie Rabe hat einen tollen Schreibziel. Sie schreibt sehr, ja, wortgewandt, poetisch, aber nicht übertrieben. Die Dialoge sind extrem gut. Das ist mir besonders wieder aufgefallen, auch im Vergleich zu anderen Büchern, die ich manchmal so gelesen habe, dass die Dialoge sehr nahbar sind und Melanie Rabe den Lesenden da wirklich direkt in die Szenerie schmeißt. Trotzdem ist es nicht plump. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass man immer wunderbar miträtseln konnte. Wenn neue Brotgruben von der Autorin gestreut wurden, baut sich das nicht alles künstlich bis zum Ende auf, sondern einige Sachen werden zwischendurch immer mal wieder entwirrt und gelöst. Aber das große Ganze führt natürlich dann irgendwann dazu, dass der Leser oder die Leserin eben rausfindet, was mit Ellen passiert ist. Und dazu sage ich natürlich nichts. Das müsst ihr selber herausfinden. Das ist wirklich sehr spannend. Mir hat am Ende und deshalb der halbe Sternabzug so ein bisschen der Riesentwist gefehlt. Mir wirkte das ein bisschen zu konstruiert, aber der Weg dahin war fantastisch. Und es gab eine Szene in dem Buch, und ich sage jetzt mal Stichwort Wahl, für alle, die das Buch gelesen haben, wo ich bis heute noch nicht ganz weiß, was die Autorin mir damit sagen wollte und wozu die diente. Also die wirkte für mich irgendwie fehl am Platz. Aber gut, alles in allem. Ein tolles Buch. Wie gesagt, ich habe es in wenigen Tagen weggesnackt. Richtig, richtig gut. Melanie Rabe hat mich damit wieder überzeugt. Ich war ja begeistert von der Falle. Dann fand ich die Wälder gar nicht gut. Und der Schatten war okay. Und irgendeines fehlt noch von ihr, was ich nicht gelesen habe. Aber die Kunst des Verschwindens. Viele schwärmen davon. Ich verstehe es jetzt auf jeden Fall. Mir hat es richtig gut gefallen. Und weil so ein Hardcover ziemlich schwer ist und viel Platz im Reisegepäck mitnimmt, hatte ich auf einem der Kurztrips dann noch zu einem anderen Buch gegriffen. Und zwar zu einem leichteren und dünneren Taschenbuch von Sarah Fischer. Zeilen ans Meer habe ich gelesen im September. Das ist das Pseudonym von Adriana Popescu. Und das ist ein Briefroman. Hier geht es um Lena und Sam. Lena lebt in Deutschland und hat als junge Erwachsene eine Zeit in Australien verbracht und dort am Ende ihrer Reise eine Flaschenpost ins Meer geworfen. Und die findet, ich glaube, 15 Jahre später der Australier Sam. Und es entspinnt sich eine Brieffreundschaft. Es entspinnt sich auch, und das ist jetzt nicht viel vorweggenommen, sein Liebesroman. Es entspinnt sich auch eine Liebe zwischen den beiden über die Kontinente hinweg, über diese Brieffreundschaft, die sie weiterführen. Zwischendurch gibt es auch mal E-Mails, aber sie sind wirklich hauptsächlich Briefe. Und ich verrate euch jetzt nicht, ob die beiden zueinander finden, ob die sich treffen, was dann alles passiert. Ich habe das gerne gelesen. Es hat von mir drei Sterne bekommen. Aber es war jetzt nicht das riesige Highlight, was ich mir so ein bisschen gewünscht hatte, aber leider nicht bekommen habe. Der Schreibstil von Adriana Popescu ist toll. Der hat mich direkt am Anfang sehr ins Fühlen gebracht und mir einfach gut gefallen, wie sie Szenen beschreibt. Mir hat es auch gut gefallen, dass Lena grundsätzlich mit Erwachsenen-Themen zu tun hat. Sie ist Mutter, getrennt von ihrem Partner, aber nicht alleinerziehend. Der Partner kümmert sich auch hin und wieder um das Kind. Und ja, Sam ist der klassische Surfer, aber hat auch so seine Geschichte, die ich jetzt nicht verraten möchte, schon dramatisch, aber nicht übertrieben. Also die Ausgangslage war eigentlich gut für einen schönen Erwachsenen-Liebesroman in Briefform. Aber so ab der Hälfte wurde es mir zum einen teilweise zu kitschig. Also was da an Schmalz aus den Briefen geflossen ist, das war Augenrollmomente und das war mir ein bisschen sehr too much. Das ist Geschmackssache. Wenn Liebesromane eher seicht und schlicht und realistisch daherkommen und authentisch, kann ich das sehr gut lesen, aber das war ein bisschen too much für meinen Geschmack. Andere werden das total feiern. Ich mochte Sam super gerne. Den fand ich toll. Den fand ich authentisch, mal abgesehen davon, dass er in seinen Briefen sehr schmalzig teilweise schreibt. Aber im Vergleich zu Lena mochte ich ihn lieber. Lena war mir dann ab der Hälfte im letzten Bereich zu viel Drama, zu anstrengend einfach, weil sie auch Entscheidungen trifft, die ich nicht nachvollziehen konnte, weil sie Dinge verkompliziert. Und für mich unnötiges Drama erzeugt, was nicht hätte sein müssen, was einfach keiner guten Grundlage entsprang. Tolles Deutsch. Aber ich bin ja auch keine Autorin. Gut schreiben, keine Adriana. Ja, man kann sich das gut vorstellen. Es ist wirklich ein netter Snack. Es ist ein netter Sommerroman. Wenn man auf Schmalz steht, wird man dem vielleicht sogar vier, fünf Sterne geben. Für mich waren es drei Sterne. Ich habe es gerne gelesen. Es ist ein wunderschönes Cover. Und ich fand auch ganz spannend, dass grundsätzlich dieses Stilmittel des Briefromans mir in dem Fall gefallen hat. Das hat mich nicht gestört. Es waren dann eher inhaltliche Punkte, die für mich dazu geführt haben, dass es eben nur in Anführungszeichen drei Sterne geworden sind. Aber lieb gemeinte drei Sterne, denn ja, schreiben kann Adriana das definitiv. Nur hier war es manchmal ein bisschen too much. Kommen wir zu einem Abbruchbuch aus dem September. Und zwar habe ich von Manuela Inussa Orangenträume angefangen. Ich habe es auch als Hörbuch gehört, weil ich mir dachte, ach, das ist so ein netter Sommerroman, wo es um Frauen geht. Und zwar um eine Frauenfreundschaft. Ich glaube, es sind vier Frauen oder fünf? Vier Frauen, die sich aus der Jugend kennen und einmal im Jahr auf der Orangenfarm, auf der Plantage von Lucinda treffen. Das ist genau. Lucinda hat eben diese Orangenfarm von ihrer Familie auch geerbt. Und einmal im Jahr treffen sich die Freundinnen dort und verbringen eine schöne Zeit miteinander. So ein bisschen wie das Weinwandern mit meinen Freunden, nur dass ich keine Weinfarm habe. Und man nennt es ja auch nicht Weinfarm, sondern Weingut. Ja, jeder hat so sehr Päckchen zu tragen. Was hinten auf dem Klappentext auch schon draufsteht, ist, dass Lucinda finanzielle Probleme bezüglich der Farm hat und dass das auch noch rauskommt und ein Thema ist. So, ich habe 20% des Buchs gehört. Ich fand die Sprecherin... Jara Blümel hat das gesprochen. Oh, und ich muss ja auch noch sagen, wer es übersetzt hat. Ach nee, das war gar keine Übersetzung. Steht auf meinen Notizen nicht drauf, die ich hier gerade sehe. Weil das tatsächlich im Original auf Deutsch ist. Manuela Inussa ist entweder Deutsch oder schreibt halt einfach auf Deutsch. Aber deswegen keine Übersetzung. Aber Jara Blümel hat das Zwerbuch eingesprochen. Ich fand es grundsätzlich gut. Nur eine der Frauenstimmen hat sie so hochgepitcht, so klischeehaft. Das hat mich dann irgendwie mehr und mehr gestört. Also es hätte mich wahrscheinlich, wenn ich es noch weiter gehört hätte, noch mehr gestört. Ich fand die Frauencharaktere ein bisschen zu klischeehaft. Wir haben da die taffe Anwältin. Dann ist da so eine Schauspielerin, die total bekannt ist dabei. Und eine Hausfrau und Mutter, die aber unglücklich ist mit ihrem Ehemann oder die anderen Freundinnen sehen das auch so. Und was mich besonders gestört hat, ist, dass diese Freundinnen aufeinandertreffen. Und ja, ich habe nur 20% gelesen oder gehört, aber schon genug. Um mir diese Frauen von der Autorin bekannt zu machen. Und die Autorin schafft es einfach nicht, dem Motto Show, don't tell treu zu bleiben. Denn sie erzählt, also man bekommt in Berichtsform, in dem sich die Freundinnen unterhalten, erzählt, was so mit den Frauen los ist. Und das wirkt einfach eher wie ein Bericht und nicht wie ein flüssiger Roman für mich. Also das hat mich einfach so gestört, dass da nichts passiert ist, außer dass die Frauen in den ersten 20% einfach aufeinandertreffen und man nach und nach erfährt, was bei denen so los ist. Das hätte für mich gern schneller sein können, um die grundsätzliche Handlung, die dann ja zu dem Zeitpunkt, wo das Buch spielt, einfach passiert, voranzutreiben. Was mich auch gestört hat, ist, dass schon von Anfang an und selbst im ersten Fünftel bestimmt zehnmal erwähnt wird, dass es in der Vergangenheit irgendein krasses Ereignis gab. Irgendetwas, was sie zu ihrer Jugend oder jungen Erwachsenenzeit dort gemeinsam erlebt haben. Oder ja, sie sprechen es auch gegenseitig so an, aber es ist immer nur so ein Anteasern, so nach dem Motto, ja, ihr wisst ja, was ich meine. Und man als Leser, ja, man weiß es halt nicht. Das ist einmal angeteasert okay, um halt ein bisschen Spannung reinzubringen, aber es war einfach too much. Ich hatte Augenräumomente und ja, je mehr auf sowas gepocht wird, aber nicht ansatzweise so mal ein bisschen angerissen wird, worum es geht, desto weniger interessiert mich das oft, was denn nun Sache ist. Ich habe dann am Ende, als klar war, dass ich das Buch abbreche, hinten ein paar Seiten quer gelesen, habe dann ziemlich schnell erfahren, was dieses krasse Geheimnis ist, was da so Heftiges passiert ist. Ja, mag heftig sein, aber der Weg dahin, das hat mich dann leider wirklich nicht mehr interessiert. Also es ist auch eine Reihe, wobei Winter Vanille ist, glaube ich, das erste, hier sieht man es, Orangenträume ist das, was ich gelesen habe, oder Teil, also was ich jetzt abgebrochen habe, und Mandelglück. Ich glaube aber, es geht in diesen Büchern nicht um die anderen Freundinnen im Detail, sondern einfach um Farmen und Geschichten, die rund um diese Farmen spielen, glaube ich. Aber korrigiert mich, wenn das falsch ist, falls ihr die anderen Bücher gelesen habt. Meins war es nicht, ich werde nicht zu den anderen greifen. Ich werde jetzt bei der Autorin nicht, ja, Juhu schreien, wenn ich ein Buch von ihr entdecke, auch wenn das ein sehr schönes Cover ist und ich mir einfach einen cozy, schönen Roman mit ein bisschen Dramatik und Geheimnisse von mir ist auch, aber so wie das gemacht wurde, war das einfach nicht meins. Ich fand es ein, ja, es ist ein bisschen schade, denn ich habe das Buch signiert. Aus der Buchhandlung, ich dachte immer, ich hätte es mal gewonnen, aber ich habe es, glaube ich, in der Buchhandlung gekauft, weil die Autorin eine Lesung auch hatte in Hannover, aber da konnte ich nicht und ich war danach im Laden und dann, ja, hat der Chef mir das ans Herz gelegt. Die Autorin ist bestimmt super nett und wahrscheinlich, wenn ich bei der Lesung gewesen wäre, hätte ich das Buch auch gekauft, aber der Inhalt war leider nicht so meins. Aber vielleicht gibt es ja Fans hier unter euch von Manuela Inussa, dann könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben, warum ihr das so gerne mögt und, ja, es ist halt Geschmackssache, so ist das bei Büchern, aber ich wollte einfach nach diesen 20% nicht noch mehr Lebenslesezeit damit verbringen. Weiter geht es mit dem vierten Buch, was ich im September gelesen habe, bevor ich euch dann noch ein Abbruchbuch zeige. Und zwar habe ich endlich Martha Schläf von Romy Hausmann, das war auch ein Rachebuch, gelesen und ich wollte es eben nicht als Hörbuch hören, weil ich schon damals, als das Buch rauskam, ja, sehr zwiegespaltene Meinungen gehört habe, dass es auch recht verwirrend sein soll und, ja, ich kann an der Stelle schon mal sagen, ich verstehe absolut, was die Leute meinen. Hier steht hinten nicht viel drauf, sondern einfach nur, hab dich und jetzt spielen wir. Wir spielen Gericht. Die Stimme in meinem Rücken sagt, das ist eines deiner größten Probleme, nicht wahr, meine Liebe? Dass du dir selbst nicht trauen kannst, kein Wunder, wahrscheinlich bei deiner Geschichte. Ein abgelegenes Haus im Spreewald wird zum Schauplatz eines bizarren Spiels. Ja, da klingt so ein bisschen nach Fizik, aber es klingt halt auch nach einem spannenden Thriller, ohne dass man viel weiß. Ich lese diese, also Klappentext heißt, glaube ich, wirklich das, was hier drin ist und hier ist, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber ich lese den Klappentext selten, weil da oft viel zu viel steht. Und ich habe es dann im Nachgang, als ich das Buch beendet habe, den Klappentext gelesen, wo ich dann ja wusste, was in dem Buch vorkommt und kann auch sagen, ich möchte an der Stelle jetzt nicht zu viel spoilern, weil schon der Reiz des Buches auch ausgemacht hat, dass man nicht so richtig weiß, worum es geht. Es wird euch am Anfang nicht helfen, wenn ihr mehr wisst, glaube ich, weil es ist wirklich ein verwirrendes Buch. Romy Hausmann, muss ich schon mal dazu sagen, hat eine tolle Sprache, einen tollen Schreibstil. Ich war gefesselt, auch wenn ich wirklich bis, ja, ich würde sagen, bis zum ersten Drittel nicht wusste, was für einen Film hier eigentlich, ja, in welchem Film mich Romy Hausmann hier reingeschmissen hat. Sie schafft es sprachlich aber sehr gut, tiefgründig, poetisch zu sein, so wie man da nicht habe und trotzdem zwischendurch auch echt derbe, ja, derben Thriller-Sprech drauf zu haben, wirkt aber nie falsch oder fehl am Platz. Irgendwie passt das zusammen. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und was so verwirrend für mich und ich glaube für viele andere Lesende auch war, ist, dass wir drei Ebenen hier haben, die immer mal wieder switchen. Man erkennt das anhand des, ja, der Titelüberschrift, aber wir wissen überhaupt nicht, was, ja, was das alles miteinander zu tun hat. Man kann sich da absolut keinen Reim draus machen und ich glaube auch nicht, dass man das gut, ja, mit, damit rätseln kann. Da muss man sich einfach so treiben lassen von der Story. Ja, eine Ebene sind Tagebucheinträge und am Anfang ist überhaupt nicht klar, von wem. Also so Tagebucheinträge, Schrägstrich Briefe, würde ich mal sagen, aber sehr persönliche. Ja, man weiß nicht so richtig, wer schreibt das eigentlich. Das, ja, da kann man rätseln, das erfährt man dann oder, ja, versteht man dann irgendwann, aber am Anfang ist es wirklich verwirrend, was da so steht. Dann haben wir eine Perspektive von Nadja. Nadja arbeitet in einer Anwaltskanzlei in, ich glaube auch Berlin, ja, Spreewald, in Berlin und sie bekommt einen Anruf von einer Kollegin, Freundin, Bekannten, wo etwas Schlimmes passiert ist, so viel kann ich schon mal sagen und das ist ein Strang in der Geschichte. Und dann gibt es noch den Part, die Geschehnisse 2014. Da kann ich schon mal sagen, das spielt zwischen den Tagebucheinträgen und Nadja. Und was das alles miteinander zu tun hat, das war wirklich verwirrend am Anfang, weil man ganz oft auch oder ich nicht so richtig gerafft habe, wer ist hier gerade der Erzählende? Also bei Nadja ist es klar, bei Tagebucheinträgen und Geschehnisse irgendwie auch nicht. Es sind unterschiedliche Arten, wie es geschrieben ist. Es ist schon echt cool gemacht und ich muss sagen, ab der Hälfte war ich richtig drin, als ich so ein bisschen gerafft habe, worum es hier eigentlich geht, war ich mega on fire, weil man dann noch mehr auch die anderen Passagen neben Nadja in den Kontext setzen konnte und dann halt viel besser verstanden hat und viel besser folgen und das noch genießen konnte. Zum Ende hin fand ich es ein bisschen konstruiert. Es hat drei Sterne von mir bekommen, kann ich schon mal sagen, weil das Ende war mir ein bisschen too much, ein bisschen konstruiert, auch wenn es gut und für mein Empfinden logisch alles zusammengeführt und aufgelöst wurde. Wobei ich auch sagen muss, dadurch, dass der Anfang so verwirrend war, kann ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass die Autorin wirklich alle Stränge gut zusammenfügt und keine Fragen offen bleiben. Ich weiß es nicht. Das war ein bisschen too much und dadurch, dass es am Anfang so verwirrend ist, es war für mich nie ein Abbruchkandidat. Ich kann aber durchaus verstehen, wenn Leute nach 100 Seiten aufgeben und sagen, boah, ich haff's nicht. Eine andere Lesende, das hatte ich auf Goodreads, ich habe den Namen leider nicht notiert, hat gesagt, das ist so ein 1000-Teile-Puzzle und wer daran Spaß hat, feel free. Also es ist ein Drei-Sterne-Buch, was aber erstmal bei mir bleibt. Es ist auch, also es bleibt sowieso bei mir, weil es ist für mich signiert. Aber es ist irgendwie interessant und vielleicht greife ich nochmal dazu. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich relativ schnell die Handlung vergessen werde. Das ist ein Thriller-Problem bei mir, ganz allgemein, aber auch eben hier durch diese wirklich sehr anspruchsvollen ersten Seiten, also anspruchsvoll für mein Gehirn, ist es, glaube ich, schnell weg. Aber irgendwie, ja, wenn ich jetzt so drüber spreche, war es schon cool. Ich glaube, diese Rezension hilft euch nicht wirklich weiter, aber vielleicht hat es euch neugierig gemacht, mal reinzulesen. Wenn es euch nur beim Reinlesen so ein bisschen interessiert, haltet durch, auch wenn das eigentlich etwas ist, wo ich sage, boah, ey, wenn es mir am Anfang nicht gefällt, dann breche ich es lieber ab. Aber ich hatte, wie gesagt, nie den Wunsch abzubrechen. Irgendwie war ich drin. Ich hatte aber auch zu dem Zeitpunkt, wo ich es gelesen habe, ganz gut abends immer Zeit, um auch wirklich große Abschnitte zu lesen. Wenn man das jetzt mega gestückelt liest und nicht gut vorwärts kommt, weil man nicht so viel Zeit hat, dann ist es nicht das richtige Buch. Also meine Empfehlung ist, wenn ihr es lesen wollt, dann zu dem Zeitpunkt, wo ihr auch die Zeit habt, das innerhalb von einer Woche zu lesen. Und nun komme ich zum letzten Buch, was ich euch in dem Video vorstellen möchte. Und zwar ist es das zweite Buch, was ich im September abgebrochen habe. Und es tut mir wirklich weh, weil es das vierte Buch der Autorin ist, was ich gelesen habe. Eins davon ist ein Lebenslese-Highlight. Eins fand ich richtig, richtig gut. Und das dritte fand ich okay. Und das hier ist mein viertes gelesenes von der Autorin, aber ihr drittes veröffentlichtes Buch. Und viele werden vielleicht wissen, von wem ich spreche. Und zwar von Beth O'Leary. Und zwar geht es um Drive Me Crazy für die Liebe bitte wenden. Ich habe es bei 27% abgebrochen. Ich habe es als Hörbuch gehört, was grundsätzlich gut funktioniert hat, denn es geht hier um zwei Hauptcharaktere, und zwar Eddie und Dylan. Genau. Eddie und Dylan waren mal ein Paar, sind es jetzt nicht mehr. Und am Anfang der Story ist es so, dass Eddie mit ihrer Freundin Depp auf dem Weg ist nach Schottland zu einer Hochzeit und dann gibt es einen Autounfall und ja, Dylan ist mit seinem Kumpel Marcus auch unterwegs. Es gibt noch eine fünfte Person, die mit im Auto sitzt bei Eddie und Depp. Ja, es kommt zu einem Autounfall und es führt dazu, dass eben alle fünf zusammen in einem Auto weiterfahren müssen, nämlich ja, in dem Fall dann Eddie und ihr Exfreund Dylan, jeweils die Freunde und ich weiß gar nicht mehr genau, wie der fünfte da irgendwie der, das ist glaube ich ein Arbeitskollege von der Braut, der ist irgendwie auch dabei. So, und ich hatte mir ganz, als das Buch ganz neu war, so einen richtig coolen, lustig, romantischen Roadtrip vorgestellt, also besonders auch witzig, wenn man eben die ersten beiden Bücher von Beth O'Leary bedenkt, da, ja, es ist einfach locker und intelligent, charmant geschrieben, sie kann gut schreiben, aber hier, muss ich sagen, habe ich die Autorin nicht wiedererkannt. Ähm, ach so, ganz vergessen, übersetzt ist das Buch aus dem Englischen von Pauline Koubasik und Babette Schröder und das Hörbuch haben eingesprochen Jasmin, Maisheit und Steffen Groth, was gut funktioniert hatte, weil es eben dann eine männliche und eine weibliche Stimme waren, eben passend zu den Protagonistinnen. So, ähm, 27% und ich, wie gesagt, habe die Autorin nicht wiedererkannt, ähm, ich fand es nicht lustig, locker, leicht, also, die einzige, die mal ein bisschen Humor eingebracht hat, war die Freundin Depp, okay, aber, hm, wir haben Rückblenden in die Vergangenheit, als Eddie und Dylan sich kennenlernen, das war für mich nicht romantisch, das war mir auch viel zu viel sexy time, also, ich bin jetzt nicht prüde, es ist okay, wenn da mal auch eine Sexszene in so einem Buch ist, aber da war mir ein bisschen zu viel gerammelt und, ja, ich habe da überhaupt nicht die Verbindung zwischen den beiden gespürt und es hat mich tatsächlich auch nicht so richtig dann interessiert, warum die beiden auseinandergegangen sind, ich habe mir ein paar Rezensionen durchgelesen und da ging es irgendwie auch um toxische Beziehungen oder toxische Freundschaft oder Freunde, die eben diese Beziehung torpediert haben und, boah, das klang alles irgendwie nicht so locker fluffig wie das, was ich mir gewünscht hatte. Wie gesagt, ich wusste, dass es nicht dieser, ja, nicht unbedingt das ist, was man so erwartet von dem, was hinten draufsteht und besonders, wenn man die anderen Bücher der Autorin kennt. ich weiß, Ruth ist ja auch total eigentlich Fan der Autorin und mochte das Buch auch nicht, also ich kenne glaube ich niemanden, der das Buch so richtig feiert. Vielleicht ist es daher auch ein bisschen getrübt, dass ich dann nach 27% aufgehört habe, aber das war einfach überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Es hat für mich nicht funktioniert, niemand war da sympathisch, die Szenen, die ich miterlebt habe, waren irgendwie langweilig und mich hat einfach die Beziehung zwischen den beiden nicht interessiert. Ich werde trotzdem von Beth O'Leary mehr lesen, wenn da noch mehr kommt. Ich glaube, es soll bestimmt ein fünftes Buch demnächst rauskommen. Sie ist ja schon grundsätzlich sehr erfolgreich. Das Buch wird bei mir nicht bleiben. Ich habe es tatsächlich im sozialen Kaufhaus, ja, genau, im sozialen Kaufhaus gefunden, da wird es wieder hinwandern. Ja, leider nicht meins, ich wollte nicht mehr Zeit damit verschwenden. Ich werde beim nächsten Buch von Beth O'Leary erstmal schauen, worum es geht und dann auch sicherlich die ersten Rezensionen abwarten, denn, ja, wenn das dann wieder so bewertet wird und vor allen Dingen auch mit Inhalt, nicht nur mit Sternen, wie dieses Buch hier, dann bin ich da auch raus, wenn das, ja, wenn die Leute sagen, das ist wieder so toll wie ihre ersten beiden Bücher, dann wäre ich wieder dabei. Aber Drive Me Crazy habe ich abgebrochen. Das waren jetzt also alle sechs Bücher, die ich euch in dem Video vorgestellt habe. Vier gelesen, zwei abgebrochen. Ich finde super erfolgreich, weil die alle vor meinem Suppe waren. Ich werde jetzt die Neuzugänge drehen. Ich weiß nicht genau, wann die Neuzugänge dann online gehen. Abonniert den Kanal, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen hoch, dann seht ihr, welche Bücher im September bei mir eingezogen sind. Sechs an der Zahl, hatte ich ja schon erwähnt. Ja, sechs gelesen, sechs eingezogen. So wird das nix mit dem Suppabbau. Aber Oktober ist ein neuer Monat. Tschakka. Jahrhadeh. Musik Untertitelung des ZDF, 2020